Scheiß drauf, Fabo. Let's go! Ui! Ich fliege! Ja, ohne lang rumzumachen! Ich fliege jetzt erst auf die 300er-Koordinate. Versuche immer so ein bisschen die Decke zu touchen. Ey, wie tief darf man, dass man... Ich weiß es nicht, aber aufpassen. So, jetzt einmal Doppel-Lehrtaste und kurz fallen. Kurz die Literatur aus und anziehen. Ja, die Literatur aus. Ich hab irgendwas gehört. Wahrscheinlich meine Raketen, oder? Nee. 8077, ich bin gleich da. Ja, okay, okay. Du siehst das Loch? Als ob. Bin durch. Ich hab's. Nein, ich bin vorbei! Scheiße! Das Loch ist riesig. Jaja, ich hab's zu spät halt gesehen. Ich bin durch. Jawoll! Alter Fabo, wie krass sind wir! Erstmal zubauen. Oh mein Gott! Ich fliege. Und ich flieg noch ein bisschen weiter. So, jetzt dreh ich. Scheiße, jetzt wo ist das Loch? Warte, warte. Jetzt kommt's wieder. Nein, ich hab's Loch verfehlt. Die Rakete ist aber hochgeflogen. Was?! Okay, okay, warte, warte, warte. Ja! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Scheiße. Okay, okay, okay. Bist du ready? Ich bin ready, ja. Okay, okay. Drei, zwei, eins. Oh Gott! Oh Gott, ich bin nicht weggekommen. Okay, okay, okay. Umdrehen. Und! Oh, er fliegt in die Luft! Er fliegt in die Luft! Aber nicht ganz, oder? Nee! Doch! Oh mein Gott, da ist so viel TNT! Ah, ich flieg voll in das TNT rein! Scheiße! Nein, mach mal Slash TPS! Au! Mein Totem! Mein Totem! Mein Totem hat's nicht aktiviert! Hä? Das dupliziert sich oder so? Was ist das? Hört es immer noch nicht auf? Jetzt ist es vorbei! Boot geht auch! Ha! So, das musste jetzt sein! Oh mein Gott, ich hab meine Elite hier noch an! Oh, nee! Drei, zwei, eins, go! Alles gut? Hä? Kroko, was machst du? Also, man kann nicht ins Void schwimmen! Nein! Man kann nicht ins Void schwimmen! Ich hab dich nur fliegen gesehen! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Alter! Was bist du für einer, ey! Das... äh, Carsten? Super! Sie verbrennen im Ofen! Ich rette sie! Super! Die Führung muss weitergehen! Ah! Kommen sie raus! Es geht nicht, ich kann letztlich nicht mehr kriechen! Herr Lümmelmann, die Führung muss weitergehen! Ah! Der schöne Ofen! Ah! Sie haben ja einen Schreck eingejagt. Gehen Sie nicht in den Ofen rein. Ich schätze mal, das hat zur Tour dazugehört. Oh, lol. Ah, nein! Fuck, fuck, ich bin tot. Ich bin wieder tot, oder vielleicht auch nicht. Komm, 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 komm. Komm, 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 irgendwas muss ich... Nein, 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 doch kein Golem! Oh mein Gott! Ich lebe! Ich lebe! Und der Helm ist fast am Arsch! Die Zone sehe ich noch nicht. Alter! Kann ich jetzt mal aufhören zu brennen, bitte? Ey, nee, ich sterbe. Weil ich nicht aufhöre zu brennen. Wow. Mann! Was ist denn das für ein Unglück, ey? Pico! Warte mal, Pico Lino! So, genau, so nennen wir den. Oh ja, komm. Komm, Pico Lino! Kriegst nen Name Tequerino! Komm. Komm, 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 komm. Wo bist du? Du bre... Er ist gerade verbrannt! Ah, warum? Warte, 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 warte. Jetzt hab ich's! Ich hab's, GroKo! Ich hab's! Ich sitze! Oh mein Gott, Alter. Ich sitze im Volk... Aber wenn ich mir schon hier gesehen habe, dass Sparkle... Nein! Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein... Oh mein... Was? Oh, ich brenne! Scheiße, das ist ne Scheißstelle hier! Ah! Verdammt! Oh Gott! Oh! Halleluja! Will ich was da runterkippen? Äh, ja stimmt. Äh, kipp mal bitte Wasser runter. Ich zeig dir eine Attraktion. Komm mal mit. Ich komme. Du musst dich einfach hier reinlegen. Also von anderen Seiten. Sag mal, wie? Zeig mal. Also... Ja, ich weiß nicht, wie du's meinst. Ich hab so Rückenschmerzen aktuell. Ich kann mich nicht in Minecraft flach hinlegen. Ich auch nicht. Hm. Hm. Was macht das? Nichts. Es macht Geräusche. Okay. Ist das... Ah! Das ist ein Amberspender. Let's go. Achtung, wie schnell? Wie schnell? 400! 500! 600! 700! Und dann kam der Baum. Das ist ein super praktischer Move. Doppelklicken. Ja, so. Okay. Oh, ich hab super vor. Oh Gott, ich bin so schnell. Du machst dich einfach mit deinem Item. Okay, fang mit Coco. Ja! Wo? Okay, fang mit schnell nach draußen, Coco. Komm. Hier, komm gleich hoch. Hier raus. Das ist geil! Yeah! Huch! Oh! Hallo! Hallo! Ah! 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 Ich werde... Ah! Ich wurde angegriffen. Oh, ha! Ich hab doch gerade gestorben, wär's. Wer gerade gestorben warst, hat ein Totem verbraucht er? Was war das? Ja! Ich verlange Gerechtigkeit! Von drei Stück? Ja, dann würden sie nicht starten. Ich hab den Totem! Wenn du, wenn ich sterbe, sterben alle mit! Wenn du sterbst, sterben alle mit! Ich schwör, noch einen Schlag, zähne alles an! Noch einen Schlag, zähne alles an!